Also noch ein Match, hm? Es tut mir leid, Kyoja. Wenn wir doch nur gewonnen hätten. Kein Problem. Jenga und sein Team sind hier die Gegner. Leute, ich bin nie von einem leichten Sieg ausgegangen. Okay, Kyoja. Du scheinst ja sogar eher darüber erfreut zu sein, Kyoja. So kann ich noch einmal gegen Jenga kämpfen. Hä? Das ist doch genau das, was wir wollten. Oder nicht, Leon? Man kann die Spannung förmlich knistern hören. Wer von ihm wird sein Team in den Kampf führen? Auf geht's! Warte, Kyoja. Hä? Lass uns gehen, Damur. Was? Meinst du etwa mich? Nile, hast du jetzt den Verstand verloren? Mit deinen Verletzungen würdest du uns nur zurückwerfen. Was? Meinst du etwa in dem Zustand könntest du etwas ausrichten? Ah! Hä? Kyoja! Siehst du, du stehst ja noch nicht mal sicher auf den Beinen, Kyoja. Unterschätz mich nicht. Hä? Wenn du mir im Weg stehst, werde ich dich zuerst fertig machen. Oh! Ah! Ich werde mit Jenga abrechnen. Habt ihr verstanden? Ich werde keine Erbarmt zeigen, sollte sich jemand einmischen. Auch wenn es unfair aussieht, aber nur ein Team kann das Finale erreichen. Sehen wir uns nun die Blader an, die das Schicksal ihres Teams zu tragen bereit sind. Vom Team Wildfang, der immer hungrige Löwe Kyoja. Und der Mann vom Himmel, Nile. Und ihre Gegner vom Team Gengen Galaxy. Japans Ars Jenga. Und der Blader, der sich selbst die Nummer 1 nennt. Der einzig wahre Masamune. Du schaffst das! Dann zeigt uns, was ihr drauf habt. Fertig? Drei, zwei, eins. Let it rip! Mach dich auf was gefasst, Nile! Striker steuert direkt auf Horusius zu. Was geht denn da ab? Wow! Was? Sieht aus, als hätte es Horusius auf Pegasus abgesehen. Hier zählt nur eins und das ist, dass wir das Finale erreichen. Der nächste Angriff wird das erledigen. Auf geht's los, Horusius! Er gehört mir, Nile. Hast du verstanden? Kyoja? Halt dich da raus, klar? Aber... Lass uns tanzen, Jenga. Ja! Hör auf damit, Kyoja. Du solltest den Kampf mir überlassen. Pasch lieber auf dich selber auf! Gegen mich kannst du nicht gewinnen. Es ist genauso aufregend wie die erste und zweite Partie. Hol ihn dir! King-Line-Tearing! Kyoja! Los jetzt, Pegasus! Jenga! Kyoja, mein Freund! Was ist jetzt los? Sind das noch die Folgen des zweiten Kampfes? Keiner von beiden ist in der Lage, seinen Special Move auszuspielen. Die beiden kreiseln schon lange am Limit. Die Frage ist nur, wem wird zuerst die Puste ausgehen? Wird es Kyoja? Oder wird es Jenga sein? Bevor das passiert, werde ich die Sache ein für allem erklären. Du hast dich kein bisschen geändert, Kumpel. Du schlägst mich nicht! Ach ja, denkst du? Horusius, los jetzt! Striker wurde soeben hart getroffen! Oh nein! Ganz genauso habe ich doch auch in der ersten Runde gegen Nile verloren. Wenn ich ständig eine Niederlage vor mir sehe, kann ich nicht mehr klar denken. Sollte ich tatsächlich schon wieder verlieren? Bin ich nicht in der Lage, gegen diesen Nile zu gewinnen? Ich schaff das nicht allein. Eins, zwei, eins, zwei! Jenga! Das ist es! Masamune! Jenga! Ich brauch jetzt auch noch deine Kraft! Hä? Auch wenn ich's ungerne zugebe, aber ich kann gegen Nile allein nicht gewinnen. Aber wenn wir unsere Kräfte jetzt bündeln, können wir einen echten Teamkampf daraus machen! Ja! Wir werden gewinnen und in die Endrunde kommen! Gemeinsam werden wir die Weltmeisterschaften gewinnen und die Nummer Eins werden! Zeigen wir's ihnen, Jenga! Striker schiebt Pegasus nach vorne! Hä? Was wird das? Und auf geht's, Special Move Leute! Pegasus, Star Booster Attack! Striker, Lightning Sword Flash! Das werde ich nicht zulassen! Kyoja! Ich halte sie zurück, Nile! Beeil dich und setz Mystic Zone ein! Jetzt können wir nur noch auf deine Spezialtaktik setzen! Schick sie mit mir zusammen in die Luft! Jetzt nicht zögern, Nile! Hau rein! Okay, Kyoja! Horusius! Weiter so, Pegasus! Aaaaaaah! Pegasus! Leon! Special Move! Mystic Zone! Pegasus, Leon und Terusius sind alle im Sleep Out! Der Sieger ist Masamune Kadoya! Und der Sieg in der dritten Runde geht an das Team Gang Gang Galaxy! Wenn du wüsstest, wie leid mir das tut, Kyoja! Das muss es nicht, es war nicht deine Schuld! Hä? War es nicht? Ich bin dafür noch zu schwach! Ich hoffe, du gewinnst, Jenga! Kyoja! Hm, denn das nächste Mal wirst du gegen mich verlieren! Ha! Das überlass doch mal mir! Bis dann!